Kampen auf Sylt, schon immer ein Mecker für die schönsten Autos der Welt. Es hat Tradition, die modernsten und neuesten, schicksten und teuersten Autos der Welt im Sommer auf Sylt in Kampen zu präsentieren. Diesen Sommer dreht sich in Kampen auf Sylt alles um schnelles Laden und die Zukunft der Mobilität. High-Power tanken an vier Schnellladesäulen mit 100% Ökostrom. Die Insel erkunden, mit den aktuellen BMW i-Modellen elektrische Fahrfreude erleben oder im angesagten 3T4 BMW Gravel Bikes zum Strand cruisen. Und natürlich gibt es eine exklusive Preview, den neuen BMW i7. Erfahren Sie im persönlichen Austausch mit BMW-Experten mehr über die Zukunft der neuen Luxusklasse und die weltweit erste vollelektrische Luxuslimousine. Noch bis zum 28. August 2022 täglich von 10 bis 18 Uhr über die Webseite www.meinbmw.de slash sylt kann man sich ein Scooter, das Travelbike oder ein Auto schon im Vorfeld buchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017